Wollen wir mal einen Speedrun machen? Oh mein Gott, keine Ahnung, was da rauskommt. Du bist ein Feind. Wenn du mein Thema jetzt kriegst, komm das Schwein. Jetzt sind wir gerade sechs Spendens auf YouTube, fangen wir mit Zeichnen an, damit du Bescheid wirst. Ja, okay. Echt, Gott, Alter. Ich war sehr herzlich mal ein Volk. Achso, ich muss was zeichnen. Wäre ich nicht so oft los, würde ich auch niemandem Fail in Compleation zusammenkriegen. Aber warum muss ich jetzt was zeichnen? Dass die anderen erkennen müssen. Wollen wir denn gerade zahlen? Das ist... Ich hab wirklich... Ja. Ach, ich hab sogar kein Helfer. Das ist ein... Äh... Alter, wer das gezeichnet hat, der richtig... Alter, das erkenne ich ja so, was... Ist ja easy. Ja, wenigstens, das war leicht. Ja! Hilfe! Hilfe! Ey, was... Warum Hilfe? Also Tiere und Pokémon sind jetzt nicht so weit auseinander. Ich bitte. Wer war das? Das gibt einen Report. Das geht nicht. Mann, das wird so peinlich. Das arme Ding. Ich werd jetzt nicht so verschanden. Denk ich mir auch gerade. Aber verschanden macht auch nur Spaß. Ja. Die Eis ist zu kurz. Die Eis ist zu kurz. Ja, dann gehts doch. Ich hab sogar anders, weil sie was hinbekommen. Ich hab so andere Poké-Mera gesehen. Was zum F*** ist das? Easy. Oh mein Gott, ich weiß was das ist. Ähm... Fuck, wie heißt der? Oh mein Gott. Nein, ich konnte es nicht schreiben! Mann, jetzt muss ich schon wieder zitieren. Danke, Dave. Ich hab da überhaupt keine Zeit dafür, für sowas anders. Oh nein, da ist es oft... Oh nö! Spass, Alter, wurde es gehen. Es geht schnell. Finale. Was ist das denn? Ich glaub, ist das... Ich seh schon wieder nen Pokémon. Du hast mein Bild, glaub ich. Ich sollte den Garados zeichnen, aber ich kam nicht mehr dazu. Also... Ich hab nichts... Nein, eh nie Spoiler. Warum ist das so schnell weg? Ich kam nicht mehr dazu, die Augen zu meinen Schwennen. Das... die Runde heißt Speedruns. Ja, ich konnte mich wegen... So. Mal gucken, was das Speedrun gemacht hat. Alter, lol. Oh Gott, ich dachte, es hat blaue Flügel. Also, das Blur kam durch. Blur kam durch. Der Orange und das Innere ist grün. Das Innere konnte ich noch bemalen und ausrinden nicht. Blurak. Aber war es reich. Orange mit Schlamm schwanzreich. Bei mir wohl. Hä, das Innere ist blau, da hatte ich recht. Ja... So ein grün-bläulich ist das so. Grün-blau. Blurak. Blurak. Also, Sherpa vollkommen richtig. Gebe ich dir vollkommen richtig. Gebe ich dir vollkommen richtig. Blurak kam durch. Das könnte auch hier der Feuervogel sein. Ne, Glurak kam durch, weil ich glaube, das ist letztes. Glurak. Ich hatte mich mal die Zeit, um die Zunge zu malen. Ich hatte mich mal die Zeit, um die Zunge zu malen. Ja, Fadi, ja. Ein bisschen mehr Zeit, dann hätte es geklappt. Also, ich bin ganz ehrlich, ich dachte, es wäre Peter Griffin. Ich wollte Peter Griffin schreiben. Ich konnte nichts mehr antworten. War zu langsam. Boah. Aber interessant, wenn du zu langsam bist, dann kriegst du einfach raus. Man hat lange Zunge und isst Eis. Ja, ja. So ungefähr. Ich finde gut, dass das Spiel da so eine eigene Regelung ist. Weißt du? Ja. Das kann man mir an. Ähm. 2 Leute am Lagerfeuer. Ich weiß, was es wird. Ich habe es als letztes gehabt. Ein bisschen kleines Feuer. Setzt euch am Lagerfeuer. 2 Tollis am Lagerfeuer. 6 Lagerfeuer. Was L-A-G-L-G-H-G-I-L-F-G-G-L-G-G-G-L-G-G-L-G-L-G-L! Spongebob und Patrick sehen das Lagerfeuer legen. Noch ein Zeitfaure. parcel. Aber wir sind ja an sich einfach ein bisschen da geblieben, ne? Ja. Mhh. Jaaa, alles klar. Hält dann kein BEinespace. begrüßung mit der kam ich so und hallo ich hätte fast noch geschrieben hallo man sagt hallo ich hab aus dem mangel aus der frau gemacht aber egal hallo ja das ist schon noch ein kerl würde ich sagen ich würde noch ein junger sagt hallo aber hat den mond abgeschossen als das ist ja mal so dass ich das in der kurzen zeit hin er ist fokussiert studiert gar ados wer auch immer das jetzt auch gut erkannt ab mir hat man sich mehr erkannt kann erkennen also man weiß das gesamte ding ist mir schwieriger dass ich habe einfach die fühlern geschafft ja und ich nur war es ja die probleme ich glaube wir haben probleme und da wo es ab ist da war ich jetzt willy wills wissen oder irgendwie so wie ihr die wills wissen wie B und jetzt komm ich na wen hab ich denn gemalt das kam an mir noch an nö 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 Harry Potter und sein Zauberstock und sein Zauberstock kam nicht durch Ich habe den Stab gesehen, aber ich habe trotzdem einfach nur Harry Potter gesehen. Ich wusste, dass er noch mal nah war. Ich habe auch das Stopp gemalt. Harry Potter ohne Ohren. Das ist so geil aus, und Harry Potter ist nicht so extrem. Also das war krass, aber... Mal, mal bitte Harry Potter. Ganz ehrlich, mal mal Daniel Ripley. Ich habe einen Unterschwecken gezeichnet, das reicht schon. Nee, mal Daniel Ripley, bitte. Ich will das sehen. Im Gartek-Phone. Ich muss erst mal googeln, wer das überhaupt ist. Das ist der Schauspieler von Harry Potter. Ja, merke ich mir doch nicht, nach zehn Jahren. Scheiding, du steigst langsam immer weiter die Leiter ab. Hörschrei, du magst immer wieder. Okay. Weiß wie egal, wie mir das mittlerweile ist. Ja, ja, bei euch haben sie auch zwei gefunden. Oh ja. Gut. Mal nur Zeichen. Äh, ja. Genau. Okay. Ähm. So, mit dem, was ich geschrieben habe, seid kreativ. Sorry, Fall. Ich sag auch schon mal sorry. Warum krieg ich das wieder da? Ich rechne immer, damit du es nur das kriegst. Ja, viel Spaß. Viel Spaß euch. Was, wegen Sachen, wenn die, wenn die verkackt haben, krieg ich immer voll. Solange ich keine Insider sehe, bin ich glück. Oh Gott. Bitte, was? Wie soll ich das denn malen? Wie soll ich das denn malen? Wie soll man sowas malen? Oh, du rassistisch zu sein. Ich kann es nicht besser machen. Das wird so peinlich. Bei mir geht es auch nicht besser. Ich habe sogar seine Ma... Ich habe sogar seine Ma... Ja. Wait, what? Bitte. Oh, nicht replizieren. Nee. Alter, wie soll ich das zeichnen? Wer hasst mich so akkultiv? Zum Teufel. Ich muss kurz studieren. Okay, ich werde die vereinfachte Form zeichnen. Aber ehrlich, du bist echt fies. Ich werde nicht fertig. Das hat mir gar nichts vorgeschlagen, da dachte ich so. Aris hat jetzt was für ein. Das ist viel besser, das ist meine Idee gewesen. Ich werde nicht fertig. Dann dachte ich, ja du ist fertig. Ich dachte mir, das ist nicht mein Problem. So, was okay ist. Ich gehe auf jeden Fall in eine böse Richtung. Ähm. Ja, Snacks. Alter, dieser Weg sieht aus wie im Himmel. Das ist doch rassistisch. Ich hatte das nicht gerade. Was ist das? Was ist das? Das ist richtig in meinem Würden, Alter. Das ist richtig in meinem Würden, Alter. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Gute Zeitung. Ich habe, glaube ich, nachgemacht. Ich habe so kackiert. Das ist richtig in meinem Würden. Ich habe so kackiert. Das ist richtig in meinem Würden. Ich bin zu komisch. Ich weiß nicht, was das ist. Ich muss einfach irgendwas nachmachen. Aber ich finde, ich habe es gut nachgezeichnet. Das ist easy. Das ist easy. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Äh. Das ist kein mal. Ich bin ungetübt. Das war jetzt die letzte Runde, oder? Kommt noch eine. Kommt noch eine. Kommt noch eine. Einmal schreiben. Einmal schreiben. Zum Glück. Die Einstellung. Schreiben am Anfang und am Ende heißt Repetitieren. Hä? Das habe ich doch gerade gemalt. Was zum Fick. Das habe ich doch gerade gemalt. Woher kommt das? Was? Ja. Genau, Sven. Zum Magnetzeichen. Das sind keine Käfer. Das sind Aussos. Oh. Easy. Ich bin gespannt, was rausgekommen ist. Äh. Ich freue mich auf die Auflösung. Ja. So. Ich bin ziemlich sicher, dass aus dem, was ich am Anfang gezeichnet habe, dass ich es jetzt am Ende beschrieben habe. Ich habe echt Angst. So. Wer mich in die Scheiße geredet? Das war eine Stunde. Koreanischer Fluglotse lacht laut. Du bist so... Ich hasse dich. Alter, ich hasse dich. Das hat sich gar nicht vor mir vorgeschlagen. Ich dachte mir so, halt in der Folge eigentlich. Alter, ich hasse dich jetzt schon. Korean. Ja. Ich habe das Flugzeug andersrum. Ja. Ich habe das Flugzeug andersrum. Das ist doch ein Fluglotse, oder? Kim Jong-Yong feiert seinen Flieger. Feiert seinen Flieger. Kim Jong-Un. Keine... Kim Jong-Un rüberfällt. Äh. Äh. Alter, ich habe keine Ahnung, wie man den nochmal schreit. Gut. Kim Jong-Un. Erstmal speichern. Möchtest du das Haar machen? Has harmonisch sind wir vielleicht dazu? IchHAſ ich schon gesagt, ich habe das nicht fertig bekommen. Ich hab das nicht hinbekommen. Ah! Schön! Ich habe's nicht hinbekommen. Oh. Es tut mirō leid. Was soll denn einer sein? Was ist denn da ein Ding? Was ist denn da? Es hat sich mal in den Kopf. Es kam auf den Kretopherrn. Alter, ich hab was verschönerst. Ich hab halt keine Ahnung, Alter. Was ist denn? Oh, das ist der Eck. Ich hab die Kretopherrn. Das ist okay. Das wird kein Eidhaut mehr. Das werden der Thema Kampfer. Wenigstens ist am Ende immer noch was gebraten. Man ist hungrig auf Mensch und Eier. Warte, Gift erstellen. Das muss ich auch bereichern. Also als vorgestelltenes Thema hatte ich fettest Krokodil im Klo. Hallo, hallo, Daniel. Cool, Schatz. Boah. Das soll... Ich bin dein Vater. Bitte was? Oh mein Gott, nein. Ernst, Alter. Upsi. Oh mein Gott. Finde ich aber an sich ganz cool. Ja. Oh mein Gott, der weiß der. Wer drauf kommt, ja. Oh, gut. Wie konntest du erst mal halt vergessen? Er hat doch geschrieben. Und so. Nein, das ist nicht wahr. Das ist doch so. Das haben wir keine Ahnung gehabt. Oh, der Fader hat sich kein Wokker Bier anstoßen. Er sagt, dass ich das am Ende wiederbekommen hab. Ich hab's irgendwie gewusst, dass das meins ist. Ja, ich hab halt keine Ahnung. Opsi. Nee, Sven hat's bekommen. Trump kämpft gegen das große schwarze Etwas. D. Warte mal, dann gibt's doch noch so eins. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ja, bald ja. Die muss das beides aneinander malen. Geschwisterstreit. Ah. Oh. Lol, Alter. Ich hab's nicht verkackt. Ich hab's nicht verkackt. Ich hab gesagt, sei kreativ. Ey, ich hab's nicht verkackt. Moin, Meister. Ja, du bist. Ich hab nur gesteckt einen Schreik gemacht. Was denn? Ich dachte, ich würde es so mega einfach. Leider machen. Ja, dachte ich ja auch. Ich hab ja ein Före und Rot gemacht. Boxkampf. Ja, pass. Handschuhe haben's halt irgendwie vom geschlitzten Schritt weggelenkt. Tut mir leid. Ich hab einfach eine Rot-Handschuhe nachgemalt. Die Handschuhe waren schon, wer da wird. Also alles ist gut. Monte kriegt Pilze. Bitte was? Ah. Warte, was? Das sollte ein Pilz sein? Nee. Wie hast du denn meine große Kee gemalt? Juhu. Das hab ich gar nicht. Ja, boah. Ich hab's nicht gemacht, was ich repetiert. Ihr habt jemand das Easter Egg gesehen, da steht, hau ab. Da steht, da muss ich hier ziffern. Was war das? Ich war so verwirrt. Ich hab's nur noch mal abgemalt. Mann mit Pilz. Mann mit Pilz. Mit Pilz. Mit Pilz. Sprechen das Spiel Pilz aus. Geil. Alter. Jetzt kommt meins. Jetzt, wenn... Zwei Männer haben einen Autor unvollend beschimpfen, sich übelst. Janik, warum hast du das gesagt? Ah. Jetzt kommt das, wo ihr beide dachtet, er hat das... Du hast es mit ihm. Und deswegen hat er sich entschieden. Aber ich... Das ist... Oh, Mann, ich hab irgendwas... Äh, ja. Das ging hier. Bis dahin ging das alles gut. Zwei Männer. Ja, pass mal auf, dass ein Bit kommt. Dann geht's nicht mehr gut. Zwei Männer. Boah, was ist denn Goldfarbe? Boah. Ready? Okay, ne ganz, ganz abstruse... Ne ganz abstruse... Ey, das ist ne Folge von Chaos. Chaos, Adaption, Alter. Chaos, Alter. Ich kann... Ich bin mit Knoppen abknüpfen. Bamm, Jock. Alter. Bamm wird ein anderes im Fettbrett hier. Weil bei Shining eskaliert. Chaos am 8. Leegestein, Otto in Rot fährt. In Leegestein, Otto in Blau. Das ist ein Leegestein, Otto. Krass, Alter. Neue Adaption. Ich schwöre auf Gott. Neue Adaption. Leegestein, Chaos. Das ist nicht geil. Äh, ich hätte mir ein Geschirr. Ich hätte... Ich hätte...